Das Motto Rettet die Bienen kennt fast jede und jeder hierzulande. Wenn es um den Verlust der Artenvielfalt in Deutschland geht, dann denken viele vielleicht zuerst an die Bienen. Doch Artenvielfalt oder wie es oft etwas sperriger heißt Biodiversität umfasst so viel mehr. Da geht es um Lebensräume, Pflanzen, Tiere und biologische Zusammenhänge zwischen den Lebewesen. Wie steht es insgesamt um die Biodiversität in Deutschland? Darum ging es kürzlich im Faktencheck Artenvielfalt. Es ist der erste umfassende Bericht zur biologischen Vielfalt in Deutschland. Und dieser Bericht liefert Fakten zur aktuellen Lage, analysiert Trends, Treiber und Handlungsoptionen für die Naturschutzpolitik. Zu welchen Schlüssen ist der Bericht gekommen und welche Konsequenzen können wir daraus als Gesellschaft ziehen? Diese Fragen klären wir heute hier im Klimapodcast von Detektor FM. Mein Name ist Ina Lebed-Jew-Hei. Mission Energiewende. Der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs. Dass es einen IPCC-Bericht zum aktuellen Stand der Klimakrise gibt, das wissen wohl die meisten Menschen, die diesen Podcast regelmäßig hören. Neben dem Weltklimarat gibt es auch einen Weltbiodiversitätsrat. Den IPBES und auch der veröffentlicht in regelmäßigen Abständen berichtet zur Lage der Biodiversitätskrise. Krise deshalb, weil wir uns aktuell mitten im sechsten Massenaussterben der Erdgeschichte befinden. Ausgelöst hat es der Mensch. Durch beispiellose Ausbeutung. Unzählige Tier- und Pflanzenarten verschwinden weltweit mit alarmierender Geschwindigkeit. Meine Kollegin Julia Segers hat sich den Faktencheck Artenvielfalt genauer angesehen. Hallo Julia. Hi. Springen wir gleich mal zum wichtigsten Punkt. Zu welchem Ergebnis ist denn dieser Faktencheck Artenvielfalt gekommen? Wo stehen wir in Deutschland? Ja, wir stehen an einem nicht so schönen Punkt. Und zwar an dem, dass viele Tier- und Pflanzenarten wirklich in einem kritischen Zustand sind. 10.000 Arten sind in Deutschland nachweislich bestandsgefährdet. Betroffen sind vor allem Insekten, Weichtiere und Pflanzen. Außerdem Spezies, die im Agrar- und Offenland leben. Es sind 93 Lebensraumtypen untersucht worden und davon sind 60 Prozent in einem unzureichenden oder sogar in einem schlechten Zustand. Am schwersten haben es Äcker und Grünland, Moore, Moorwälder, Sümpfe und Quellen. Es gibt aber auch einige, zugegeben, wenige positive Entwicklungen. Darauf kommen wir sicher später noch zu sprechen. Wer hat denn den Bericht überhaupt erstellt und welche Daten sind dafür herangezogen worden? Erstellt worden ist er von mehr als 150 WissenschaftlerInnen und die haben sich eben den Zustand der Artenvielfalt in Deutschland angeschaut. Christian Wirth ist Biodiversitätsforscher an der Universität Leipzig und im Interview mit der Tagesschau erklärt er, auf welcher Grundlage der Bericht entstanden ist. Wir haben insgesamt über 6000 Publikationen uns angeschaut. Sowohl publizierte als auch sogenannte graue Literatur und Daten, die noch gar nicht veröffentlicht sind. Und wir haben uns dort die Trends der Artengemeinschaften angeschaut. Aber auch wollten wir wissen, was sind die Ursachen, die direkten Treiber, die dahinterliegenden Ursachen, die indirekten Treiber. Was sind Maßnahmen, die funktionieren? Und das haben wir für die wichtigsten Lebensräume in Deutschland gemacht. Also Agrar- und Offenland, Wald, Binnengewässer und Auen, Küsten- und Küstengewässer, urbane Systeme und auch ganz wichtig, und das ist neu, die Bodenbiodiversität haben wir uns angeschaut. Er spricht hier von direkten und indirekten Treibern. Genau die müssen wir uns noch genauer anschauen, um herauszufinden, warum es so schlecht steht um die Artenvielfalt und was wir tun können. Lass uns direkt mal darauf eingehen. Vielleicht fangen wir mal mit den direkten Treibern an. Welche sind das? Über einige davon sprechen wir hier im Podcast tatsächlich regelmäßig. Zum Beispiel Pflanzenschutzmittel wie Glyphosat, die Art der Landnutzung und natürlich auch der Klimawandel. Christian Wirth hat die direkten Treiber als Ursachen für das Artensterben im Interview mit der Tagesschau so zusammengefasst. Es gibt natürlich vielfältige Ursachen, aber über alle Lebensräume hinweg ist ganz klar die Intensität unserer derzeitigen Landnutzung der Haupttreiber für Biodiversitätsverluste. Also der Verlust von Lebensräumen, das Verschwinden von Hecken und Gewässern im Offenland, die Überdüngung unserer Lebensräume. Stickstoff ist wirklich der Hauptvernichter von Biodiversität und auch der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und das ist nicht nur in den Agrarlandschaften ein Problem, sondern das teilt sich auch anderen Ökosystemen mit. Zum Beispiel den Gewässern und dann am Ende natürlich auch unseren Küstenökosystemen. Neu dazugekommen ist auch der Klimawandel. Der wird ein immer wichtiger Treiber von Biodiversitätsveränderungen. Ob die Nettobilanz positiv oder negativ ist, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Auf jeden Fall werden die Artengemeinschaften der Zukunft durch den Klimawandel andere sein als heute. Das zeichnet sich bereits ab. Okay, vieles davon ist leider nicht überraschend. Unter den indirekten Treibern kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht so viel vorstellen. Was hat es damit auf sich? Indirekte Treiber, das sind gesellschaftliche und wirtschaftliche Prozesse, die zwar jetzt nicht direkt mit der Umwelt in Verbindung gebracht werden, aber eben erhebliche Auswirkungen auf die Artenvielfalt haben. Dabei geht es oft um wirtschaftliche Entscheidungen, politische Weichenstellungen oder auch den globalen Handel. Die indirekten Treiber werden in politisch-rechtliche, wirtschaftlich-technologische und gesellschaftliche Treiber gegliedert. Ich habe darüber mit Sebastian Lackner gesprochen. Er ist Agrarökonom und einer der Autoren vom Kapitel über indirekte Treiber im Faktencheck Artenvielfalt. Ihn habe ich gefragt, ob indirekte Treiber sowas wie versteckte Treiber sind. Ich würde nicht von versteckten Treibern sprechen, sondern vielleicht eher von den Treibern hinter den Treibern. Also sozusagen, was sind die menschlichen Entscheidungen in unserer Gesellschaft, die dann wiederum zu einem direkten Wirken, also zu den direkten Treibern führen und deswegen indirekt. Das Ganze wirkt mittelbar auf die Artenvielfalt. Und das Ganze ist eben häufig komplexer, weil man eben nicht immer so ganz einfach sagen kann, was ist denn jetzt die große Entwicklung, die zum Beispiel zu einem hohen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft geführt hat. Zwischen den verschiedenen indirekten Treibern gibt es also Wechselwirkungen. Zum Beispiel setzt politisches Handeln auch ein gewisses Mindestmaß an gesellschaftlicher Akzeptanz voraus. Das klingt kompliziert, weil es so viele Ebenen hat. Kannst du ein Beispiel geben, wie diese indirekten Treiber in der Praxis aussehen? Ein gutes Beispiel sind die EU-Agrarförderungen für die Landwirtschaft. Die Intensivierung der Landwirtschaft, also Monokulturen, der Einsatz von Pestiziden, das Verschwinden von Hecken und Randstreifen. Das alles trägt erheblich zum Artensterben bei. Landwirte, die machen das natürlich auch nicht freiwillig, sondern weil sie unter einem ökonomischen Druck stehen. Den gibt es für die Artenvielfalt als Gegenpol aber nicht, sagt Sebastian Lackner. Wenn wir jetzt gucken, was sind die ökonomischen indirekten Treiber der Artenvielfalt, dann ist es eigentlich die Tatsache, dass Artenvielfalt keinen Preis hat. Das ist ein öffentliches Gut und das spielt am Markt keine Rolle. Obwohl man eigentlich sagen muss, aus theoretischer Sicht, wir haben eine ganze Menge von Werteigenschaften der Artenvielfalt. Wir wissen, Artenvielfalt ist touristisch interessant. Es gibt Leute, die fahren auf sehr spektakuläre Exkursionen, um bestimmte Arten zu sehen. Wir wissen, bestimmte Arten kann man für Medikation einsetzen. Das heißt, es hat auch tatsächlich einen Nutzwert. Und wenn bestimmte Arten nicht da sind, die wir vielleicht in Zukunft nutzen wollen, wenn der medizinische Fortschritt da ist, können wir es uns leisten, auf solche Arten zu verzichten, von denen wir heute eben leider noch nicht wissen, ob wir sie irgendwann brauchen. Das heißt, es gibt verschiedene Wertedimensionen und da müssen wir ansetzen. Und es ist ganz klar, es gibt einen Wert der Artenvielfalt. Der spielt aber am Markt, das heißt, bei den menschlichen Entscheidungen, bei den betriebswirtschaftlichen Entscheidungen, aber auch bei den privaten Entscheidungen keine Rolle. Das heißt, es ist ein riesiges Marktversagen. Das heißt, in Wertsetzung von Artenvielfalt ist ein ganz wichtiges Thema, wie schaffe ich auch Märkte, wo Artenvielfalt zu einer Eigenschaft von einem Produkt wird, mit dem ich dann bessere Preise erziele. Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Euer Laptop läuft mit 100 Prozent Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme. In der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Das heißt, es geht also auch um Geld. Artenvielfalt ist im Markt einfach nichts wert? Das kann man so sagen und das ist auch ein zentrales Problem. Für die meisten Unternehmen oder in dem Beispiel eben Landwirte zählen am Ende des Tages natürlich die Erträge. Und wenn man für den Erhalt von Artenvielfalt nicht direkt entlohnt wird, warum sollte man das dann priorisieren in einer Marktwirtschaft? Deshalb haben wir hier eine Art Marktversagen, bei dem die ökologischen Funktionen der Artenvielfalt einfach unter den Tisch fallen. Aber das ist nicht nur in der Landwirtschaft so, das muss man ganz klar sagen, sondern auch in vielen anderen Industrien. Das ist so krass. Ich habe mich daran erinnert, ich habe auch mehrfach Bienenthemen oder Artenvielfaltsthemen gemacht. Ich muss mich daran erinnern, wie das so war, dass mal in einer Studie dann rauskam, dass so sozusagen tonnenweise Insekten fehlen. Also das Gewicht von Insekten, dass so viele Insekten fehlen, dass da einfach ein Riesengewicht zusammenkommt, das nicht mehr da ist, um zu bestäuben. Es gibt noch andere Zahlen und daran habe ich mich erinnert und habe da nochmal nachgesehen und habe Folgendes gefunden. Eine Studie aus den USA, rund 50 Milliarden Dollar sind die Früchte wert, die allein in den USA jedes Jahr nur dank Bestäubung durch Insekten wachsen können. Das habe ich bei MDR Wissen gefunden und in der Studie von Forschern um den Biologen James Riley ging es um Melonen, Äpfel, Kirschen, Gurken, Mandeln, aber auch um Kürbisse, Kakao, Kaffee. Also damit man sich das nochmal so bildlich vorstellen kann. Ja, das finde ich einfach total krass. Wahnsinn, das sind auch Produkte, auf die wir ja auch nicht verzichten wollen. Nee, und womit wir uns, also womit wir die Welt ernähren oder also die wir konsumieren halt, die wir essen. Ja, wenn wir da auf Deutschland blicken, welche Folgen hat denn dieses Marktversagen, von dem du gerade gesprochen hast, konkret für die Landwirtschaft und die Umwelt? Also in erster Linie sehen wir das an der Abnahme von Insektenpopulationen, aber eben auch an anderen Arten. Um Obst und Gemüse zu produzieren, du hast es ja gerade schon gesagt, müssen die Pflanzen auch bestäubt werden. Wir erinnern uns da auch an den Bio-Unterricht und die Geschichte mit den Bietchen und den Blümchen und so. Aber in bestimmten Regionen fehlen mittlerweile so viele Bestäuber, dass man dort regelrecht, naja, Insekten einfliegen muss, um die Bestäubung der Pflanzen sicherzustellen. In den USA und China gibt es dafür mittlerweile sogar eine eigene Industrie. Da spricht man tatsächlich von der Pollination Industry. Ja, wo einfach ein großer Lkw vorgefahren wird und der hat dort an Bord lauter Insektenpopulationen. Diese Insektenpopulationen werden dann auf einem großen Standort, wo Obstproduktion stattfindet, losgelassen und dann findet dort die Bestäubung dann statt über diese herbeigefahrenen Insekten. Die Bienen, die zum Beispiel in dieser Bestäubungsindustrie eingesetzt werden, das sind gezüchtete Bienen. Und die Wildbienen, die tragen dann wiederum nicht ganz so viel zu der Bestäubung dieser speziellen Obstkulturen bei. Die bestäuben dann andere Wildpflanzen. Zu dem Thema gibt es einen ikonischen, ganz fabelhaften Dokumentarfilm, der so, so bildstark ist. Der heißt More Than Honey, bitterer Honig auf Deutsch, glaube ich. Und das ist ein Film von einem Schweizer Regisseur, Markus Imhoff. Und der Film ist schon zwölf Jahre alt, 2012 erschienen. Und da geht es eben um das weltweite Bienensterben. von Kalifornien bis China. Ich frage mich jetzt, ist das unsere Zukunft, also diese Handbestäubung und solche Sachen, auf die wir da zusteuern? Also in Deutschland sind wir noch nicht ganz so weit, dass wir jetzt irgendwie Handbestäubung oder die Pollination-Industrie auf uns zukommen sehen. Aber wir bewegen uns in diese Richtung. Wenn wir nicht gegensteuern, dann könnten bei uns auch bald solche Szenarien Realität werden. Lagner sieht hier auch ganz klar ein Handlungsbedarf. Das heißt also, meine Zielvorstellung ist eigentlich, dass wir unsere Artenvielfalt eher erhalten, damit die ökologischen Mechanismen im Obst- und Gemüsebau funktionieren. Das ist die viel klügere Idee als jetzt mit so einer Pollination-Industrie wie in den USA, wie in Regionen. Der USA ist ja auch nicht überall. Aber mit so einer Pollination-Industrie anzufangen, ist keine gute Idee. Das ist ein absolutes Beispiel, wo man einfach zeigen kann, wie wichtig Artenvielfalt ist. Vor allem auch der Begriff Pollination-Industrie. Ich habe den neulich bei einem OECD-Workshop gelernt. Und ja, das ist so, das ist eigentlich nicht die Vorstellung, die ich von einer zukünftig intakten Landwirtschaft mit funktionierenden Agrarökosystemen habe. Aber naja, wir müssen uns schon auch angucken, was Fehlentwicklungen als Resultat bringen können. Das ist so. Aber es gibt doch schon Bemühungen und Anreize in die Richtung, würde ich denken, also zum Beispiel Förderungen für LandwirtInnen, die darauf abziehen, dass die Artenvielfalt geschützt wird, oder? Also durch bestimmte Fruchtfolgen, Blühstreifen und sowas. Da gibt es doch Programme. Ja, die gibt es. Es gibt eine Menge Förderungen für die Landwirtschaft. Jährlich sind das etwa sechs bis sieben Milliarden Euro, die die EU in der Landwirtschaft über die gemeinsame Agrarpolitik ausgeben. Aber Das heißt also, der weiteste Teil der Agrarsubventionen läuft mehr oder weniger umweltneutral durch. Da kann man sich als Steuerzahler schon mal fragen, was da eigentlich los ist. Denn viel von dem Geld, was wir hier letztendlich für die Landwirtschaft ausgeben, wird für teils umweltschädliche Subventionen eingesetzt. Nur ein Viertel dieser Zahlungen sind explizit auf Umweltziele ausgerichtet. Und besonders wichtig sind die Agrarumweltprogramme. Aber es gibt einen Anteil wirklich von explizit auf die umweltausgerichteten Zahlungen. Und da reden wir inzwischen insgesamt in Deutschland von einem Viertel der Zahlungen. Unterschiedliche Instrumente, die sogenannten Agrarumweltprogramme sind da ganz, ganz wichtig. Das ist auch ein Instrument, was wir schon seit 30 Jahren haben und was sukzessive ausgebaut worden ist. Das Problem ist dabei, laut Sebastian Lackner, dass zu wenig Feintuning bei diesen Programmen betrieben wird. Was bedeutet das konkret Feintuning? Naja, also bei den Agrarumweltprogrammen ist es meistens so, dass die Betriebe bestimmte Maßnahmen durchführen müssen und dafür gibt es dann eine Prämie. Diese Zuschüsse sollen die Landwirte zu umweltfreundlichen Handeln motivieren. Eben anstatt nur auf Ertragsmaximierung ausgerichtet zu sein. Und ein bekanntes Beispiel von solchen Maßnahmen sind eben diese Blühstreifen am Rand von Feldern. Die sollen eben Lebensraum für Insekten bieten. Das heißt also, Betriebe müssen sich an diese Maßnahmen halten. Das wird kontrolliert und dann vermutet man oder man, also es gibt die Hoffnung, teilweise auch eine, ja, eine wohlbegründete Hoffnung, dass das den Arten gut tut. Wie sehen denn die Herausforderungen bei diesen Programmen so aus? Also eine große Herausforderung ist die Umsetzung dieser Maßnahmen in der Praxis. Sebastian Lackner hat mir dazu ein spannendes Beispiel gegeben. Da geht es um den Wiesenknopf Ameisenbläuling, einen heutzutage ziemlich seltenen Schmetterling. Ich habe auf jeden Fall schon mal davon gehört, von so Nerds in der Insektenforschung. Was macht diesen Schmetterling so besonders? Na, der Wiesenknopf Ameisenbläuling, der hat ziemlich spezifische Anforderungen an seinen Lebensraum. Er benötigt sowohl die richtige Pflanze, die Wiesenknopfblume, als auch eine bestimmte Ameisenart, die seine Eier aufnimmt und aufzieht. Die eigentliche Falte heißt Ameisenbläuling. Da ist der Wiesenknopf drin. Das ist so eine rote Blume im Grünland, die im August, September blüht. Und der Wiesenknopf Ameisenbläuling ist eigentlich eine Art, die befindet sich auf feuchten Standorten und schattigen Standorten. Das heißt, man braucht irgendeine Hecke, irgendein Landschaftselement, man braucht vielleicht auch irgendwo einen Bach. Es darf aber andererseits auch wieder nicht zu nass sein. Also, wie soll ich mal sagen, eine Art, die sehr exquisite Anforderungen an die Ökologie hat. Und das wird noch exquisiter, wenn man weiß, wie vermehrt die sich. Und zwar, die Falter legen im August, September ihre Eier in dieser Blume ab. Und in dieser Blume gibt es eine Wirtsameisenart. Und diese Ameisenart, die trägt die Eier und bringt sie dann in den Boden, in den eigenen Bau. Und dort sind die Raupen und die parasitieren dann tatsächlich auch die Ameisen. Also, das ist, wie soll ich sagen, Biologie at its best. Und irgendwann schlüpfen dann diese Arten. Da müssen die Arten ganz schnell, also wenn der Schmetterling dann im nächsten Jahr geschlüpft ist, ganz schnell da raus aus dem Ameisenbau. Und ja, dann hat man sozusagen eine neue Generation von Schmetterlingen. Also, ein Schmetterling mit ziemlich spezifischen Ansprüchen an seine Umgebung. Außerdem ein Beispiel, das zeigt, wie entscheidend es ist, dass landwirtschaftliche Förderungen an die Bedürfnisse von Arten angepasst werden. Denn die typische Maßnahme, die jetzt in den meisten Bundesländern dazu gemacht wird, ist eine Spätschnittnutzung, sogenannte Spätschnittnutzung. Da sagt man dem Landwirt, mähe dein Grünland ab Mitte Juni. Das ist für viele Arten auch ganz gut. Normalerweise würde man eher Anfang Juni oder im Mai mähen und würde das auch intensiv düngen. Dann sagt man auch, lass bitte die Düngung und Pflanzenschutz weg und so weiter und so fort wird gefördert. Aber wenn ich Mitte Juni mähe, mähe ich dann das nächste Mal im August. Und für den Bläuling bräuchte man eigentlich eine Nutzungspause im August, September. Eine völlig andere Anforderung und das ist über die meisten Agrarumweltprogramme eben nicht zu machen. In Sachsen gibt es eine solche Nutzungspause, aber da steht man dann vor dem nächsten Problem. Und zwar? Eine Sache, die ganz oft ein Problem ist und zwar die richtige Kommunikation. Das ist aber im Fall von Biodiversitätsmaßnahmen nicht immer so einfach, weil wir haben ja gerade gehört, wie viele Bedingungen der Wiesenknopf Ameisenbläuling an seinen Lebensraum hat. Aber selbst wenn man die alle erfüllt, heißt das nicht, dass dem Schmetterling damit schon geholfen wäre. Lagner hat ein Beispiel von einer Landwirtin aus der Nähe von Dresden angebracht. Die hat das ganz vorbildlich gemacht. Die hatte das auch alles verstanden. Sprich, da hat Beratung gewirkt, da haben die Umweltprogramme gewirkt. Und dann sagte sie, das war halt an der Elbe, sozusagen schön elbenah gelegen, Grünland. Das hat sie dann immer im August, September liegen gelassen. Und dann hat sie gesagt, ja, das Ergebnis war, die Dorfjugend hat dann dieses Grünland gesehen, hat gesehen, ach ja, da steht das Gras aber hoch, das wird ja gar nicht mehr genutzt. Und dann sagte sie, sie musste dann immer im August, September war ihr Job dann immer, auf dieses Grünland zu gehen und quasi die Dorfjugend davon abzuhalten, dass sie dort Grillen, Lagerfeuer machen und ihre Bierdosen liegen lassen, weil die gedacht haben, ja, das nutzt ja keiner mehr. Wir haben ja also auch ganz klar ein Vermittlungsproblem. Selbst wenn die Landwirte die komplizierten biologischen Voraussetzungen verstehen, muss es da ja noch jemanden geben, der das auch noch der Bevölkerung vor Ort klar macht. Ach man, das ist ja echt furchtbar. Was wäre denn die Lösung für diese Herausforderung? Also eine enge Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz ist erstmal besonders wichtig. Lagner hat in dem Zusammenhang die Bedeutung von Betriebsberatern angesprochen. Es gibt erstmal auch ein Netzwerk von Naturschutzberatern tatsächlich. Also man hat doch ja in den letzten 20 Jahren die Kapazitäten in der Naturschutzberatung ausgebaut. Und da gibt es ganz viele einzelne Beispiele von sehr umtriebigen Kolleginnen und Kollegen, die dort mit viel Engagement mit Landwirten zusammenarbeiten. Und ich weiß eben auch von vielen einzelnen Landwirten, dass es da tolle Kooperationen gibt oder dass einzelne Landwirte wirklich auch aus der Motivation, was für die Artenvielfalt zu tun, ja ihre Betriebe umstellen. Okay, dann mal ganz ketzerisch gefragt, ob jetzt ein Schmetterling mehr oder weniger da ist. Betrifft mich das denn persönlich überhaupt in irgendeiner Art und Weise? Na irgendwann schon, denn in der Natur hängt eben vieles miteinander zusammen. Und wie genau Lebewesen miteinander verkettet sind und welche Auswirkungen das Verschwinden von einer Art auf die anderen Arten und Ökosysteme hat, das ist nicht immer so ganz klar. Christian Wirth hat die Bedeutung von Biodiversität im Interview mit der Tagesschau so erklärt. Biologische Vielfalt ist unser Lebenserhaltungssystem. Ohne biologische Vielfalt haben wir keine saubere Lust, kein sauberes Wasser und auch die Nahrungsmittelproduktion leidet darunter. Wir haben uns das sehr genau angeschaut. Wir haben fast 400 Artikel gefunden, speziell für Deutschland, Mitteleuropa, wo wir zeigen konnten, dass artenreiche Ökosysteme leistungsfähiger, produktiver und vor allen Dingen auch unter Störungen wie Klimawandel stabiler sind. Also die gute Nachricht dabei ist, dass durch Anreicherung von Biodiversität in unseren Landnutzungssystemen wir eine ganze Menge an Problemen lösen können. Wir machen unsere Systeme stabiler. Die schlechte Nachricht ist, dass wenn wir Arten verlieren, werden unsere Ökosysteme weniger leistungsfähig. Das heißt, wir können auch weniger Leistungen von diesen Ökosystemen für unser Leben bekommen. In einigen Bereichen gelingt es uns aber auch, die Natur zu schützen. Zwei positive Entwicklungen, die im Faktencheck Artenvielfalt aufgeführt sind, hat mir Sebastian Lackner nochmal genauer erklärt. Da geht es um das Zusammenwirken von Tourismus und bestimmten Lehrkonzepten. Also eines sind Waldleerpfade, das finde ich auch toll. Wir hatten während Covid ja die Situation, dass Leute viel mehr spazieren gegangen sind. Und ich glaube, auch das hat zu einer, ja, zu einem ganz anderen Naturbewusstsein geführt. Und es ist ja auch gezeigt worden, dass mehr Spazierengehen, mehr Naturerfahrung für die Gesundheit positiv ist. Ein weiteres Beispiel, was auch positiv ist und wo wir auch richtiggehend bis zum Status einzelner Arten hin zeigen können, dass sich Dinge verbessern, ist der Nationalpark Wattenmeer. Wir haben dort verschiedene Besucher, Führungskonzepte. Das heißt, wir haben auch abgesperrte Bereiche. Wir haben dort eine Art wie die Kegelrobbe. Also es ist eine wunderhübsche Robbenart, die man dort wirklich live beobachten kann. Und das ist eine Art, die war noch vor 20, 30 Jahren wirklich sehr stark vom Aussterben gefährdet und deren Bestand hat sich doch stark verbessert. Dazu trägt dann auch bei in solchen großen Nationalparken, man braucht dort Ranger, dort werden Ranger eingesetzt, die eben auch manchmal, wenn Leute dann durch die Dünen laufen und die Pfade verlassen, dass man ein bisschen sagt, seid mal ein bisschen vorsichtig, geht mal bitte auf den Pfaden und so weiter. Wir haben viel Kommunikation dort, wir haben viele Infotafeln. Und dieses Zusammenspiel aus Politik, die das Wattenmeer zum Nationalpark erklärt hat, kommunikativen Bemühungen und dem Einsatz von Kräften vor Ort, das zahlt sich dann am Ende eben aus. Der Faktencheck Artenvielfalt hat den Zustand der Biodiversität in Deutschland zusammengefasst. Meine Kollegin Julia Segers hat dazu recherchiert. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war's für diese Woche von Mission Energiewende. Wenn euch unser Klimapodcast hier bei Detektor FM gefällt, dann lasst uns gerne eine Bewertung da. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für diese Folge interessieren könnte. Dann empfehlt uns gerne weiter. Das kann man einfach weiterleiten und dann kommt es bei anderen Leuten noch mit an. An dieser Folge haben Julia Segers und ich, Ina Lebedjev, mitgearbeitet. Produktion Noah Schulz. Und ich sage danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.